bonsoir bienvenue guten abend und willkommen zu einer weiteren lesung der kernpunkte der sozialen frage ich glaube teil nummer 14 schon so viel thomas christian in irgendwie anstrengenden zeiten wir waren stehen geblieben bei dass man da nicht warten kann in bezug auf das wenigstens instinktive verständnis dessen was heute so die stunde geschlagen hat was hat denn die stunde geschlagen woher erfahren wir das sicherlich irgendwie aus der presse irgendwie dass jetzt die winterhitze kommt es ist schon irgendwie wenn es nicht so bedrohlich irgendwie auch wäre dass irgendwie die zumindest die öffentliche presse wirklich schwachen sinnes wird die winterhitze gut das heißt alles ist eigentlich durcheinander und es gibt eine serie die heißt der schwarze spiegel da gibt es im black mirror gab es im mittelalter oder zumindest findet man die dort auf den auf den verschiedenen darstellungen hat zu tun mit okkultismus und auch schwarzer magie deshalb auch der schwarze spiegel mit ja irgendwie tunneln zu anderen realitäten mit dämonischen wesen und da geht es darum in dieser ich weiß nicht ob die ganze serie joan is awful ob das der untertitel heißt also joan is hässlich ne awful genau das gegenteil ne awful weiß ich es gerade nicht awesome ne awful hässlich ja und sehr interessant dass irgendwie sie auch in die darstellerin jetzt auch die geht ganz normal arbeiten bei einem konzern und entlässt seine mitarbeiterin und so weiter und am abend wird genau das in einer serie ausgestrahlt und das heißt alle wissen auch den übertrag zu machen ach das ist die da also zumindest die leute die sie kennen das ist die da und ja die wissen natürlich ganz genau was sie dann auch tut wen sie da mit wem sie sms schreibt und auch der freund erfährt das dass da im grunde sie da mit jemand anderem mit dem ex freund wieder anwendet und so weiter sie wird also der ganzen welt vorgeführt und das ganze geschieht aber durch eine interessant der plot sie fragt sich so wie können die eigentlich fast zeitgleich mein leben da irgendwie online bringen eben über netflix oder eine ähnliche plattform wie geht denn das und das geht über jet gpt also eine die wir wissen das ja oder ich weiß nicht ob du es jetzt weiß man lieber zuschauer also das ist jetzt schon so weit alles dass sie in fast schon echtzeit dich zum beispiel wenn man die parameter hätte deiner stimme deines gesichtes des ganges und so weiter dass man aus dir etwas ja eine ein double kreieren könnte das absolut lebensecht aussieht und das kann man dann alles mögliche tun lassen es mag aussehen wie ein film wie eine videoaufzeichnung aber es braucht gar keine menschen dazu es ist nur noch alles erfunden also kreiert von einer künstlichen intelligenz und man kennt ja meine gar nicht mehr aus was ist denn eigentlich das richtige leben und was nicht doch einmal erneuere ich den wunsch weil es mir in diesen tagen einfach so häufig kommt ich wünsche mir irgendwie wieder ein normales zusammen sein mit menschen aber mit normal meine ich eben nicht dass man nur über das wetter spricht und da auch dann nur nicht über die also nur über die ungefährlichen dinge so tut es gäbe es gäbe es keine chemtrails und keine winterhitze und so weiter also diese was ich einfach nur als lügen empfinden kann sondern irgendwie ein man kann sich auch irgendwie kreativ und inspiriert diesen dingen stellen man kann ja es als drama empfinden man kann sowas bringen wie ich es ja hier tue einbringen als gedanke zum abend oder morgen wann auch immer du das video siehst über black mirror dass man diese themen die da sind die sujets die 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 motive dass man mit denen spielt dass man aufmerksam wird es behält dass das gespräch einbringen und daran daraus irgendetwas zündendes inspirierendes wird und dann gerne noch ein bisschen tanze ein bisschen billiard und so weiter gemeinsame singen und sich auf die schenkel klopfen und was auch immer tun dass das leben einfach wieder lebenswert wird das wünsche ich mir so von ganzem herzen deshalb immer wieder die einladung bitte bitte schreibt mir doch einfach ja okay wir gehen mitten hinein nach diesem wieder sehr persönlichen bekenntnis alle tun ja immer so als wäre ihr leben perfekt in ordnung und nein und easy und gechillt und so ich habe mich da verschiedensten menschen oft darüber unterhalten und ich weiß es betrifft sehr sehr viele ja sagen wir mal alle menschen außer du hast gerade irgendeinen höhenflug wegen irgendetwas dann vielleicht gerade mal anders sein aber ansonsten geht es uns allen irgendwie gleich irgendwie wir gehen irgendwie alle auf ein zahnfleisch oder und das vor allem aus sozialen gründen aber wir haben es in der hand ich habe ich gebe von meiner seite aus vorschläge rein bringen doch gerne mal andere vorschläge wie das ganze jetzt irgendwie besser wird außer nur mit frommen reden das ist ja das was ruder sterner meint ja die menschen sollten glücklich sein die menschen sollten frei sein ja wie macht man das denn ja wie bringen wir denn einfach mal wieder irgendwie sinn in diese ganze geschichte ich gehe einen satz zurück ein gesundes denken und empfinden ein gesundes wollen und begehren mit bezug auf die gestaltung des sozialen organismus darum geht es ja ein begehren wollen was tun wir denn jetzt mal e mail schreiben vorschläge machen kann sich nur entwickeln wenn man sei es auch mehr oder weniger bloß instinktiv sich klar darüber ist dass dieser soziale organismus soll er gesund sein ebenso dreigliedrig sein muss wie der natürliche organismus da haben wir gehört gehört über den kopf menschen ja er nennt das kopforganisation ich rede von einem vollgültigen kopf menschen weil letztlich auch ruder steiner das an anderer stelle so darstellt und weil es sich mir ergeben hat also zwei menschen wohnen ach ja in meiner brust das heißt in der brustraum da begegnen sich zwei menschen so kann ich das jetzt ohne mühe einfach mal übersetzen und dann wird da was anderes draus ich bin nicht nur ich sondern ich bin er gebe mich aus der summe irgendwie aus der begegnung zwei menschen in einem dritten der gerade werden will in einem herzensraum mit solchen motiven zu arbeiten das erlebe ich auch in meinem umfeld nicht irgendwie selbst menschen mit denen ich oft zu tun habe die die vergessen das immer wieder die können es von sich aus nicht in irgendeiner mich irgendwie auch mal anfreunden inspirierenden art mal irgendwie wieder thematisieren das ist es ist wirklich zum heulen es ist zum heulen und das mache ich total als persönliches bekannt ist nicht zum angriff also es ist nun geht der text weiter auf seite 59 der kernpunkte der sozialen frage es ist nun seit schäffle wie auch immer das ist ich kenne nicht sein buch geschrieben hat über den bau des sozialen organismus versucht worden analogien aufzusuchen zwischen der organisation eines naturwesens sagen wir der organisation des menschen und der menschlichen gesellschaft als solche analogien aber nur man hat feststellen wollen was im sozialen organismus die zelle ist feststellen wollen das ist ja auch so eine frage ob man nur weil man da was raus schnibbelt aus dem menschen und das mikroskop liegt und sagt ob man da wirklich eine zelle hat das ist ja ein totes etwas und keine wirkliche leben der zelle was zellengefüge ist was gewebe sind und so weiter noch vor kurzem ist ja ein buch erschienen von murray ich hoffe das ist kein rechtschreibfehler weltmutationen in dem gewisse naturwissenschaftliche tatsachen und naturwissenschaftliche gesetze einfach übertragen werden auf wie man meint den menschlichen gesellschaftsorganismus da heraus sind ja allerlei mögliche gedankenkonstrukte entstanden auf denen man dann politik aufbaut und so mit all diesen dingen mit all diesen analogiespielereien hat das jenige was hier gemeint ist absolut nichts zu tun und wer meint auch in diesen betrachtungen werde ein solches analogiespiel zwischen dem natürlichen organismus und dem gesellschaftlichen getrieben der wird nur dadurch beweisen dass er nicht in den geist des hier gemeinten eingedrungen ist er versucht also das irgendwie zu differenzieren und klar zu machen ich meine was ganz anderes als nur analogien der nicht wird hier angestrebt interessant die sattstellung also denn hier wird nicht angestrebt irgendeine für naturwissenschaftliche tatsachen passende wahrheit herüber zu verpflanzen auf den sozialen organismus also für naturwissenschaftliche tatsachen passende wahrheit herüber zu verpflanzen auf einen auf den sozialen organismus wo sie ja vielleicht gar nicht hingehört oder gar nicht wahr ist sondern das völlig andere dass das menschliche denken das menschliche empfinden lerne das lebensmögliche an der betrachtung des naturgemäßen organismus zu empfinden und dann diese empfindungsweise anwenden könne auf den sozialen organismus eine empfindungsweise haben wir also zu lernen zu üben wie machen wir das denn wenn man einfach das was man glaubt gelernt zu haben am natürlichen organismus überträgt auf diesen wie es oft geschieht so zeigt man damit nur dass man sich nicht die fähigkeiten aneignen will den sozialen organismus ebenso selbstständig ebenso für sich zu betrachten nach dessen eigenen gesetzen zu forschen wie man dies nötig hat für das verständnis des natürlichen organismus also der natürliche organismus muss jetzt ist zwar natur und die gesellschaft scheint auch natur zu sein aber ist das so von wegen auch naturrecht und so in all diesen dingen liegen sehr viel folgerungen analogien drin die womöglich gar nicht zutreffend sind sagt er ja hier in dem augenblick wo man sich wirklich objektiv wie sich der naturforscher gegenüberstellt im natürlichen organismus dem sozialen organismus in seiner selbstständigkeit gegenüberstellt um dessen eigene gesetze zu empfinden gesetze zu empfinden nicht zu denken nur in diesem augenblick gehört gegenüber dem ernst der betrachtung jedes analogiespiel auf es ist also irgendwie auch ernst ist irgendwie auch eine ernste angelegenheit man könnte auch denken der hier gegebenen darstellung liege der glaube zugrunde der soziale organismus solle von einer grauen der naturwissenschaft nachgebildeten theorie aus aufgebaut werden so häusle baue und irgendwelche konstruktionen eben machen das aber liegt dem wovon hier gesprochen wird so ferne wie nur möglich diese ganzen agenda 20 20 30 20 50 diese agenden sind auch genau solche konstruktionen deshalb werden sie auch nur unmenschlichkeit hervorbringen nur furchtbarste zustände auch wenn obendrüber friede freude eierkuchen und soziale gerechtigkeit und bildung für die ganze welt stehen mag das eben zu durchschauen das was draufsteht und das was wirklich drin ist dass das ja so von wegen eben arbeit macht frei über dem gefängnis ja eingang dass man irgendwie da hat man schon so ein unbehagliches gefühl man empfindet zumindest da ist irgendwas faul damit dafür dann auch die sprache zu finden darum geht es ja hier und mir ganz persönlich peter schelinski sei mir doch einmal herzlich gegrüßt dem ich ja diese ganze serie widme also irgendwie aus aufgebaut werden nachbilden das aber liegt dem wovon hier gesprochen wird so ferne wie nur möglich auf ganz anderes soll hingedeutet werden vielleicht auch unbekanntes die gegenwärtige geschichtliche menschheitskrise fordert dass gewisse empfindungen entstehen in jedem einzelnen menschen dass die anregung zu diesen empfindungen von dem erziehungs und schulsystem so gegeben werde wie diejenige zur erlernung der vier rechnungsarten auch interessant es wird eine anregung gegeben sagt er mit seinem verständnis von pädagogik daraus ist ja die bald auf pädagogik gewachsen es wird nicht bei mathematik beigebracht sondern es wird nur eine anregung gegeben wie die dann letztlich ja diese mathematische empfinden am ende auch schult das verständnis auch der mathematik und weniger denn es hilft ja nichts wenn einem einer sagt also 1 und 1 ist 2 ist verstanden ja also und 2 und 2 ist 4 hast du das auch verstanden bitte merke es dir sondern du musst das prinzipien irgendwie auch verstehen und auch irgendwie so ein händchen kriegen für die dinge darum geht es also in jedem einzelnen menschen also soll das sein eine anregung gegeben werden aus einem entsprechenden ja geistesleben also dass irgendjemand da ist der der weiß wie er das quasi so macht dass er den menschen dazu anregt muss ja menschen dann irgendwie schon drin liegen denn ohne das wäre eine anregung ja irgendwie keine anregung was bisher ohne die bewusste anaufnahme in das menschliche seelenleben die alten formen des sozialen organismus ergeben hat ohne bewusste aufnahme in das menschliche seelen leben das wird in der zukunft nicht mehr wirksam sein auswendig lernen gilt nicht mehr es gehört zu denen es gehört zu den entwicklungsimpulsen die von der gegenwart an neu in das menschenleben eintreten wollen dass die angedeuteten empfindungen von einzelnen menschen so gefordert werden wie seit langem eine gewisse schulbildung gefordert wird die angedeuteten empfindungen werden von uns gefordert oft eben ohne dass wir es wissen was und genau wie da fordern wir empfinden nur in uns etwas forderndes man kann es dann eben auf alles mögliche lenken zum beispiel auf friday for futures oder auf gendergerechtigkeit und allen möglichen unsinn tut mir leid ich lage nicht über die leute es ist für mich so ein offensichtlicher unsinn dass man daran ja wieder mal ein bisschen humor entwickeln kann dass man gesund empfinden lernen müsse wie die kräfte des sozialen organismus wirken sollen damit dieser lebensfähig sicher war ist das wird von der gegenwart an von dem menschen gefordert also ein gesundes empfinden lernen wie die kräfte des sozialen organismus wirken man wird sich ein gefühl davon aneignen müssen dass es ungesund antisozial ist nicht mit solchen empfindungen in diesen organismus sich hineinstellen zu wollen also es sind lauter dinge wie er da sagt ein hammer wie ich finde nach dem anderen ein gefühl dafür aneignen dass es ungesund ja antisozial ist sich nicht mit solchen empfindungen in diesen organismus hineinstellen zu wollen also wer da ankommt und sagt hey wir machen gemeinschaft und so weiter ja und und hat diese empfindungen nicht dass man sagen muss sorry das ist antisozial baby man kann heute von sozialisierung als von dem reden hören was der zeit nötig ist ja müssen die sozialer werden das hat ja der sozialismus versucht ne das sind den sozialen menschen irgendwie zu erzeugen durch allerlei regulierungen und natürlich vor allem jede menge verbote und gebote diese sozialisierung wird kein heilungsprozess sondern ein kurpfuscher prozess am sozialen organismus sein vielleicht sogar ein zerstörungsprozess wenn nicht in die menschlichen herzen in die menschlichen seelen ein zieht wenigstens die instinktive erkenntnis von der notwendigkeit der dreigliederung des sozialen organismus lebt man lieber mit mensch in dir eine wenigstens instinktive erkenntnis von der notwendigkeit des sozialen organismus ich frage nicht ob du irgendwie darüber vorträge halten kannst und vielleicht in irgendwelchen gruppen aktiv bist wo darüber dann vorträge gehalten werden und forderungen gestellt soll dreigliederig sein sondern hast lebt in deinem herzen die instinktive erkenntnis in deinem herzen die erkenntnis denn das herz ist ein erkenntnis organ nicht nur ein irgendwie so ein gefühlsschwurbel dingens bummens die instinktive erkenntnis von der notwendigkeit der dreigliederung des sozialen organismus lasst uns darüber bei einem wunderbaren abendessen dass wir gemeinsam kochen doch mal reden was ist denn da gemeint wie erlebst du das und du und du und du und all die wunderbaren illustren gäste die vielleicht sich mal hier einfinden im offenen wohnzimmer in mirane in sachsen so wollen wir das so so schwebt uns das vor dass ein solches vielleicht hier zu eröffnen eines dieser glieder ist das wirtschaftsleben hier soll mit seiner betrachtung begonnen werden weil es sicher ganz augenscheinlich alles übrige leben beherrschend durch die moderne technik und den modernen kapitalismus in die menschliche gesellschaft herein gebildet hat also auch hinein gedrängt so hinein gewuchert so ein bisschen tun die moderne technik ich meine das was damals vor 100 jahren da zu haben war und das ist ja nun nichts mehr im vergleich zu dem was wir heute haben dieses ökonomische leben muss ein selbstständiges geliebt für sich innerhalb des sozialen organismus sein so relativ selbstständig wie das nerven sinnes system im menschlichen organismus relativ selbstständig ist also der geistes mensch so der der sinnes mensch irgendwie der kopf mensch den könnte man ja beschreiben und gemeinsam im gespräch zu tun hat es dieses wirtschaftsleben mit all dem was waren produktion waren zirkulation waren konsum ist als zweites glied des sozialen organismus ist zu betrachten das leben des öffentlichen rechtes das eigentliche politische leben zu ihm gehört dasjenige dass man im sinne des alten rechtsstaates als das eigentliche staatsleben bezeichnen könnte während es das wirtschaftsleben mit all dem zu tun hat was der mensch braucht aus der natur und aus seiner eigenen produktion heraus mit wahren wahren zirkulationen wahren konsum kann es dieses zweite glied des sozialen organismus nur zu tun haben mit all dem was sich aus rein menschlichen untergründen heraus auf das verhältnis des menschen zu menschen bezieht mir fällt ein weil er das so betont aus rein menschlichen untergründen dass wir glauben so die wirtschaft mit all dieser werbung von ach und jacobs krönung das hat sich mir irgendwie von damals irgendwie eingebrannt und wo halt dann so gesichter zu sehen sind und lachende familien und personen und zufriedene zufriedene menschen eben dass das sei irgendwie das rein menschliche so das ist so verquickt mit irgendwelchen produkten und autos und toaster und ich weiß nicht was im neuesten galaxy und handy und so und da irgendwie der neueste telekom internet sonst was turbo anschluss und irgendwie das ist so mit dem menschen verquickt mit seinem glück dass wir das gar nicht unterscheiden was denn eine rein menschliche angelegenheit ist das müssen wir uns erwerben und unterscheiden üben ich wiederhole es immer wieder gerne also das rein menschliche untergründen auf das verhältnis des menschen zum anderen menschen es ist wesentlich für die erkenntnis der glieder des sozialen organismus dass man weiß welcher unterschied besteht zwischen dem system des öffentlichen rechtes dass es nur zu tun haben kann aus menschlichen untergründen heraus mit dem verhältnis von mensch zu mensch und dem wirtschaftssystem dass es nur zu tun hat mit warenproduktion zirkulation und konsum ja das macht auch müde dass man weiß welcher unterschied besteht zwischen dem system des öffentlichen rechtes wurde diese untergründe ja gott welche untergründe denn eine rolle spielen von mensch zu mensch und eben dem wirtschaftssystem die systemische therapie zum beispiel betrachtet ja auch bezieht ja den menschen auch in ein system mit ein und das ist ein großer fehler es ist so schlimm irgendwie immer gegen meine zeit reden zu müssen und ich mache es doch echt nicht gerne aber ich finde es wichtig dass einem das dass man irgendwie geistig stolpert und wenn man erst vielleicht das stolpern sich erst mal als antipathie gegen mich äußert was ist denn das für einer und so weiter das hat der für eine ahnung hach ich mache seit 20 jahren familienaufstellung ich mache das und das und dann war so ein spacko der hat gar keine ahnung vielleicht stolpert man dann mal so monate jahre später wenn es sein muss dann hat darüber warum reg ich mich eigentlich so darüber auf hat er da irgendwas gesagt vielleicht was irgendwie eine tiefe berechtigung hat weiß in mir jemand sogar dass der rudolf steiner recht hat und jetzt ich als sein boote halten man muss dieses im leben empfindend unterscheiden wie ist denn das so eine empfindende unterscheidung damit sich als folge dieser empfindung das wirtschafts von dem rechtsleben scheidet kann man also nicht nur intellektuell machen wie es heute angestrebt wird wie im menschlichen natürlichen organismus die tätigkeit der lunge zur verarbeitung der äußeren luft sich abscheidet von den vorgängen im nerven sinnes leben das finde ich immer wieder eine der bemerkenswertesten tatsachen wenn man denn mal auf sie gestoßen wird oder selber darüber stolpert dass es ja zu jeder zeit können sich irgendwie kann irgendwie haut wachsen oder eine warze oder es können dinge verwachsen miteinander organe sie können verkleben es kann verkalken und das ist dann alles ein großes verbacken das heißt die eine fläche weiß nicht mehr die knorpelfläche weiß nicht mehr sich abzugrenzen von der knochenfläche zum beispiel oder dann von dem spalt jetzt im gelenk dass da das da sagt hey du bist die flüssigkeit mach du mal dein ding ich bin knorpel ich bleibe knorpelhaft und jetzt da drunter ist der andere knochen irgendwie geht da die unterscheidungsfähigkeit auch im organismus verloren so kann man das ja auch mal betrachten wenn man das ganze jetzt nicht nur als so eine mechanische konstruktion aus der werkstätte modernatur betrachtet die zusammengeschraubt worden ist wie wie ein auto denn es ist ja zu jeder zeit irgendwie eine erneuerung da offenbar wusste normalerweise beim gesunden organismus am anfang jeder es zu unterscheiden bis hierhin ist das knorpelartige hier ist das gewebe so und so und da bis dahin ist zungengewebe mit mit ganz vielen empfindungsbläschen und das hier ist aber dann außen haut dass da ist jemand da der weiß ganz genau bescheid und der unterscheidet das und plötzlich fehlt da die unterscheidungs- oder differenzierungsmöglichkeit allein den menschen mal so zu betrachten eröffnet für mich welten und könnte uns miteinander inspirierendste welten eröffnen also die lunge weiß normalerweise auch bis wohin sie lunge sein muss und dann wo daneben außenwelt ist wo in welt ist und so weiter wir aber häufig nicht als drittes glied das ebenso selbstständig sich neben die beiden anderen glieder hinstellen muss hat man im sozialen organismus das aufzufassen was sich auf das geistige leben bezieht als drittes glied noch genauer könnte man sagen weil vielleicht die bezeichnung geistige kultur oder alles das was sich auf das geistige leben bezieht durchaus nicht ganz genau ist doppelpunkt alles das jenige was beruht auf der natürlichen begabung des einzelnen menschlichen individuums was hineinkommen muss in den sozialen organismus auf grundlage dieser natürlichen sowohl der geistigen wieder physischen begabung des einzelnen menschlichen individuums eine kleine testaufgabe wenn du so willst zur selbst überprüfung ob du verstehst was jetzt gemeint ist was wo 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 wurde dieses motiv das er gerade beschrieben hat aufgegriffen und umgesetzt ich habe es sogar schon erwähnt kurz nämlich die begabung die natürliche begabung eines menschen in geistige wie körperliche hinsicht muss in den sozialen organismus hineinkommen dürfen ja wie war das denn in der ddr oder auch generell im kommunismus da wusste man dass er oder da war man zumindest hatte man den antrieb dazu genau dafür zu sorgen und dafür wurden dann die talent scouts jetzt in amerika herumgeschickt die möglichst früh dann schon die football stars von morgens oder die 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 wasserumersportler oder wissenschaftler entdecken die mathematischen genies bei uns wäre so was die jugend forscht in der ddr eben dass man gesagt du wirst nur da hat man so eine verdrehung gemacht aus dem sport da war es dann eben so hat man gesehen der hat eigentlich intellektuelle begabung dann wird er garantiert kein intellektueller da hat man so eine ganz eigenartige pervertierung der dinge vorgenommen aber man hat sich genau angeschaut oder versucht einzuschätzen zum beispiel was lebt denn in den kindern schon ziemlich früh und hat dann mit entsprechenden staatlichen institutionen geldern etc und leuten die man dann dafür abgestellt waren die hat man halt dann beauftragt dann wege zu finden wie dieses kind wo und wie und durch wen mit wessen hilfe dieses kind dann seine begabungen entfalten kann da wurde sehr viel augenmerk darauf gelegt heute im kapitalismus wo geschieht denn das ja nur noch bei uns ist es so dass maximal der anreiz gegeben wird dass man eine fachkraft wird wieder mal das stichwort fachkräftemangel da ist uns das mit der fachkraft noch mal so ins bewusstsein geschoben worden irgendwas mit fach und kraft und so also dass dann jemand mein wegen ja irgendwie ein einseitiges das computertalent entwickelt aber die frage ob das seine natürliche begabung ist oder ob jemand dann aus monetären gründen weil das tolle das tolle gehalt gerne haben möchte und die damit verbundenen möglichkeiten dass jemand dann sich eine spezialbegabung so hinein bohrt wie der wurm ins holz nicht wahr und im grunde an seiner natürlichen begabung vorbei geht das ist dann wäre eher meine frage aber es geht überall immer darum dass man irgendwie weiß menschen bringen begabungen mit so aber hier soll es neu gegriffen werden also das dritte system hat zu tun mit all dem was hervorsprießen muss und eingeliedert werden muss in den sozialen organismus aus der einzelnen menschlichen individualität heraus nicht was die wirtschaft möchte ist maßgeblich sondern erst einmal was sind die begabungen vielleicht auch erstaunlich neue begabungen die menschen mitbringen und die frage wie können wir sie da eingliedern und hinein also erstmal sprießen lassen und dann eingliedern so dass sie wirksam werden können die begabungen im sozialen organismus ebenso war wie es ist dass moderne technik und moderner kapitalismus unserem gesellschaftlichen leben eigentlich in der neueren zeit das gepräge gegeben haben ebenso notwendig ist es also ebenso war das ist so notwendig ist es dass diejenigen wunden die von dieser seite her notwendig der menschlichen gesellschaft geschlagen worden sind dadurch geheilt werden dass man den menschen und das menschliche gemeinschaftsleben in ein richtiges verhältnis bringt zu den drei gliedern dieses sozialen organismus den menschen und das menschliche gemeinschaftsleben in ein richtiges verhältnis bringt also die beiden würde ich sagen auch zueinander dass menschen in gemeinschaften sich entfalten dürfen und diese dann wiederum in ein verhältnis bringt das soll eine kunst werden zu den anderen gliedern des sozialen organismus also besser gesagt dass man den menschen und das menschliche gemeinschaftsleben in ein verhältnis bringt zu diesen drei gliedern des sozialen organismus als auch guckt wo gehört denn was hin so ne das wirtschaftsleben hat einfach durch sich selbst wie so ein selbstläufer nochmal erinnern in der neueren zeit ganz bestimmte formen angenommen das haben nicht eliten unbedingt gewollt die haben auch die haben gemerkt aha da ist ein machtvoller strom und der drängt irgendwie sie haben nur so ein bisschen die bahnen gelenkt aber die kraft die haben sie einzuschätzen und zu erkennen gewusst dass sie dann die gesellschaft in gewisse bahnen diese kraft in gewisse bahnen lenken und das sollten wir halt auch tun heute nur eben halt in die richtigen bahnen es hat durch eine einseitige wirksamkeit in das menschliche leben sich besonders machtvoll hereingestellt eine einseitige wirksamkeit die anderen beiden glieder des sozialen lebens also das rechtliche und eben das geistige da wo der mensch nur natürliche begabungen hat und auch bis ins physische hinein das geistige so gemeint und auf der anderen seite eben das wirklich von mensch zu mensch so ganz allgemein menschlich gesprochen was da die menschen miteinander auszubaldowern haben diese beiden anderen sind gemeint sie sind bisher nicht in der lage gewesen mit derselben selbstverständlichkeit sich in der richtigen weise nach ihren eigenen gesetzen in den sozialen organismus einzugliedern bitte beispiele finden würde ich jetzt im seminar sagen oder in einer gesprächsrunde bitte runde eröffnet bitte bringt euch ein meine lieben mitmenschen was habt ihr denn dafür was seht ihr da wie begreift ihr diesen satz können wir beispiele finden für sie ist es notwendig dass der mensch aus den oben angedeuteten empfindungen heraus die soziale gliederung vornimmt jeder an seinem orte jetzt erstmal wieder meine maus spinnt nämlich und deshalb scrollt der moment jeder an seinem orte also für sie ist es notwendig die glieder des sozialen lebens dass jeder mensch an seinem ort diese gliederung vornimmt es ist eine kompetenz die hier ausgebildet werden sollen muss mein anliegen ist über den friedensstifter den lebensgärtner und den wahrheitssucher so vielleicht ausgebildet in einer königs akademie oder königsschule dafür zu sorgen dass diese kompetenzen wachsen können und ich sehe mich als den einzigen meine lieben mitmenschen deshalb bitte gerne sagen was wieso also bitte aufmerken bitte erstmal noch schimpfen auf mich aber ich möchte ich glaube ich sage hier dinge die verdiene leuchtrakete dass es nicht untergeht und sei es auch nur in antipathie gegen mich ich bin mit all dem studium dessen was da draußen ist und ich habe viele studiert sagt es niemand wirklich so und in dem sinne würde ich sogar sagen viele arbeiten gegen ein verständnis der sozialen dreigiederung wenn sie nicht massiv betonen das was ich hier betone und auch Rudolf Steiner dass er meint es muss eine kompetenz werden denn jeder einzelne mensch soll kompetent werden nicht es wird irgendjemand eine soziale dreigiederung eingerichtet das erste sind schulungen der menschen aber irgendjemand muss die A wollen also erstmal formulieren wollen und dann eben auch einrichten so das ist halt das was für mich als allernächstes zu tun wäre der einzelne mensch mit bezug auf dasjenige was also moment jeder an seinem ort an dem ort an dem er gerade steht denn im sinne derjenigen lösungsversuche der sozialen fragen die hier gemeint sind hat jeder einzelne mensch seine soziale aufgabe in der gegenwart und in der nächsten zukunft unter anderem diese gliederung vorzunehmen das macht nicht irgendein direktorium für die anderen die dann eben halt als schöne schnäppchenjäger dann halt brav zum mediamarkt marschieren oder auch dann halt im biomarkt das ist alles nicht genug dasjenige was das erste glied des sozialen organismus ist das wirtschaftsleben das ruht zunächst auf der naturgrundlage das ist so ein bild aha wirtschaft hat zu tun mit einer naturgrundlage den äckern und den bergwerken und allem was da so eben halt uns die mutter natur gibt gerade so wie der einzelne mensch mit bezug auf dasjenige was er für sich durch lernen durch erziehung durch das leben werden kann ruht auf der begabung seines geistigen und körperlichen organismus wir haben also einen globalen irdischen natürlich genannten organismus muttererde und auf der anderen seite lauter lauter kleine kosmen lauter kleine menschlein du und ich individuen mit ihrer ganz individuellen geistigen und körperlichen also grundlage und daraus resultieren eine begabung die durch lernen erziehung etc. gefördert werden kann sodass sie sich entwickle diese naturgrundlage drückt einfach dem wirtschaftsleben also die der individuen und dadurch dem gesamten sozialist gesamten sozialen organismus sein gepräge auf also die welt wird gestaltet durch die einzelnen in klammern insofern sie natürlich dann aus ihrer begabung auch richtig entfalten können das was sie sage ich in meinen worten damit die sterne die sie haben ihre sterne dass sie die also wie heißt das so die sterne dass sie sie vom himmel und erholen auf die erde bringen können kann doch alles verzerrt werden irgendwie in falsche bahnen gelenkt aber diese naturgrundlage ist da ohne dass sie durch irgendeine soziale organisation durch irgendeine sozialisierung in ursprüngliche art getroffen werden kann sie muss dem leben des sozialen organismus so zugrunde gelegt werden wie bei der erziehung des menschen zugrunde gelegt werden muss die begabung die er auf den verschiedenen gebieten hat seine natürliche körperliche und geistige tüchtigkeit also die die flüsse dieser erde die sind eben da und die fruchtbarkeiten da kann man nichts daran deuteln und die muss dem wirtschaftsleben zugrunde gelegt werden das kümmert uns ja gar nicht wir treiben ja zum beispiel raubbau und ein gedanke ein gedanke der mir hier einfällt ja klar sagen viele werden mir viele zustimmen ja wir treiben raubbau das ist ja ganz furchtbar aber was ist denn damit es kein raubbau mehr werde was ist denn dazu nötig ja da brauchen wir jetzt die politik die sich darum irgendwie kümmert damit ist ja nichts ausgesagt das brauchen wir wirklich wir brauchen menschen die sich irgendwie wie früher das eben in der weiß ich auch in der waffenkammer und in der speisekammer also einfach die ganzen vorräte und und das was man halt eben hat so zum leben wie heißt das also ja die speise und rüstkammer so vorratskammer jemand muss die empfindung haben die erde ist ja auch irgendwie so etwas und da darf man da darf man halt nicht zu viel rausnehmen aber auch nicht zu wenig jemand muss irgendwie sorge tragen nicht nur verwalten sorge tragen und dann braucht es natürlich dann auch mittel und wege um sich ein bewusstsein zu verschaffen wie viel ist denn überhaupt noch da auf dieser erde wir auf jeden fall als normale menschen haben zu diesen daten keinen zugang genauso wie genauso wie gehen wenig vielleicht als praktisches beispiel wie wir wirklich freien zugang haben zu den geodaten dieser erde wir haben damals als wir junglo gemacht haben jetzt heute fünf vor fünf weiß ich vor 16 jahren kann ich nicht 17 jahren da haben wir damals wollten wir die von steuergeldern bezahlten geodaten haben also eben die flur vermessungen und wo ist es welcher ort und so weiter inklusive postleitzahl gebieten und die verschiedenen levels die es eben gibt und ne die kannst du für hunderttausend euro kaufen für irrsinniges geld oder halt eben dann nutzensvertrag mit google machen und so weiter aber es gehört denen es ist genauso wenig frei zugänglich wie sonst viele dinge die eben geheim gehalten werden das geht den pöbel halt nix an so da halten halt irgendwelche leute politiker genannt die hand drauf und das geht so nicht jeder mensch muss immer zu jeder zeit wissen wie ist denn eigentlich wirklich der stand der dinge in bezug auf diese natürliche grundlage die ruddersteine hier benennt in bezug auf die erde und vielleicht auch dass jeder wieder einzelne einblick zumindest gewinnen kann wenn er möchte welche körperlichen und geistigen tüchtigkeiten und anlagen begabungen sind denn hier eigentlich in der gemeinde oder sowas oder sogar weltweit festzustellen dass die zahlen dazu gibt es gar keine frage und wenn nicht dann könnten wir sie erheben von jeder sozialisierung von jedem versuche dem menschlichen zusammenleben eine wirtschaftliche gestaltung zu geben von jeder sozialisierung muss berücksichtigt werden die naturgrundlage genau von jeder sozialisierung von jedem versuch dem menschlichen zusammenleben eine wirtschaftliche gestaltung zu geben muss erstmal geguckt werden es gibt die natur eigentlich wirklich her nicht wahr denn aller wahren zirkulation und auch aller menschlichen arbeit und auch jeglichem geistigen leben liegt zugrunde als ein erstes elementarisches ursprüngliches nicht diskutierbar dasjenige was den menschen kettet an ein bestimmtes stück natur das ist heute völlig verloren gegangen wir gehen halt zum baumarkt und dann holen wir uns dann holz und das und jenes und dann gehen wir plötzlich aber stellen wir fest hopsa es gibt kein holz das ist jetzt irgendwie ausverkauft oder wahnsinnig teuer aber wir haben irgendwie keine ahnung wir haben überhaupt keinen bezug mehr zu dem was wirklich die natur liefert und so weiter also diese kettung an ein bestimmtes stück natur die nehmen wir gar nicht mehr wahr und das ist falsch man muss über den zusammenhang des sozialen organismus mit der naturgrundlage denken wie man mit bezug auf lernen beim einzelnen menschen denken muss über sein verhältnis zu seiner begabung man kann gerade sich dieses klar machen an extremen fällen man braucht zum beispiel nur zu bedenken dass in gewissen gebieten der erde wo die banane ein naheliegendes nahrungsmittel für die menschen abgibt in betracht kommt für das menschliche zusammenleben dasjenige an arbeit was aufgebracht werden muss um die banane von ihrer ursprungsstätte aus an einem bestimmungsort zu bringen und sie zu einem konsummittel zu machen also in betracht kommt für das menschliche zusammenleben na das halt bananen gibt und dass man die anbauen muss ernten muss verpacken muss verpacken muss transportieren muss und so weiter damit sie konsumiert werden kann für das menschliche zusammenleben kommt etwas in betracht was ja erstmal nun so ein wirtschaftlicher vorgang ist vergleicht man die menschliche arbeit die aufgebracht werden muss um die banane für die menschliche gesellschaft konsumfähig zu machen vergleicht man die menschliche arbeit etwa in unseren gegenden mitteleuropas um den weizen konsumfähig zu machen so ist die arbeit die für die banane notwendig ist gering gerechnet eine 300 mal kleinere als beim weizen sehr interessant also die menschen dort müssen sehr viel weniger arbeit leisten um ein konsumfähiges produkt herzustellen als wir das produkt ist also dadurch mehr wert ich nehme an dass er darauf hinaus will das inhalt also in hinter dem weizen steht ne da steht ne wirklichkeit an an arbeitsgängen und so weiter und an aufwänden die da sind aber schauen wir mal weiter gewiss das ist ein extremer fall aber solche unterschiede mit bezug auf das notwendige maß von arbeit im verhältnis zu der natur grundlage sind auch da unter den produktionszweigen die in irgendeinem sozialen organismus europas vertreten sind nicht in dieser radikalen verschiedenheit wie banane und weizen bei bananen und weizen aber sie sind als unterschiede da noch mal was ist da unterschiede mit bezug auf das notwendige maß von arbeit im verhältnis zur naturgrundlage für uns gibt es sind es einfach nur irgendwie produkte die im supermarkt erscheinen und da klebt dann irgendein preis da drauf aber er gibt uns einen interessanten betrachtungsblickwinkel so ist es im wirtschaftsorganismus begründet dass durch das verhältnis des menschen zur naturgrundlage seines wirtschaftens das maß von arbeitskraft bedingt ist das er in den wirtschaftsprozess hineintragen muss lesen wir es noch mal so ist es im wirtschaftsorganismus begründet so ist es im wirtschaftsorganismus begründet dass da das durch das verhältnis des menschen zur naturgrundlage seines wirtschaftens das maß von Arbeitskraftbedingtes, das er in den Wirtschaftsprozess hineintragen muss. So, und dort mag das in tropischen Ländern eben weniger sein als eben hier. Und man braucht ja nur zum Beispiel zu vergleichen. In Deutschland, in Gegenden mit mittlerer Ertragsfähigkeit, ist ungefähr das Erträgnis der Weizenkultur so, dass das sieben- bis achtfache der Aussaat einkommt durch die Ernte. Also auch, nur acht, das achtfache eben eines Korns, das da ausgesät wird. Acht Körner und ein zähes da ein. In Chile kommt das zwölffache herein, einfach weil dort ist fruchtbar, ist das Klima besser. In Nord-Mexiko kommt das siebzehnfache ein. In Peru das zwanzigfache, finde ich sehr interessant. Vergleiche Jentsch, Volkswirtschaftslehre, Seite 64. Da haben wir heute mit Sicherheit jede Menge bestes Datenmaterial, um da sich einfach mal ein Bild zu machen über das Verhältnis des Menschen und der aufzuwendenden Arbeit im Verhältnis zu seiner dortigen Naturgrundlage. Dieses ganze zusammengehöre gewesen, welches verläuft in Vorgängen, die beginnen mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur, die sich fortsetzen in all dem, was der Mensch zu tun hat, um die Naturprodukte umzuwandeln und sie bis zur Konsumfähigkeit zu bringen. Alle diese Vorgänge und nur diese umschließen für einen gesunden sozialen Organismus sein Wirtschaftsglied. Perfekte Definition. Also ein Wesen beschreibt er, wo verschiedenstes zusammengehört, nämlich die Vorgänge, die beginnen mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur, dann alles, was notwendig ist, um diese Naturprodukte dann umzuwandeln bis zur Konsumfähigkeit, also die Bananen in Plastik einzupacken, wie es ja heute geschieht, gehört nicht dazu wahrscheinlich. Ja, alle diese Vorgänge, also von der Ernte, von der Aussaat, Ernte und so weiter bis zum Markt, diese Vorgänge, das ist für einen gesunden sozialen Organismus und nur dieses sein Wirtschaftsglied, bis es dann verbraucht wird. Produktion, Handel, Konsumtion, so. Dieses steht im sozialen Organismus, wie das Kopfsystem, von dem die individuellen Begabungen bedingt sind, im menschlichen Gesamtorganismus drinnen steht. Also das, was sie gerade beschrieben hat, so vom Aussaat bis zur Ernte, vom Aussaat bis zum Teller, all das steht im sozialen Organismus, wie unser Kopf im Verhältnis zum Rest des Organismus steht. Wie das Kopfsystem, von dem die individuellen Begabungen bedingt sind, im menschlichen Gesamtorganismus drinnen steht. Aber wie dieses Kopfsystem, von dem Lungen-Herz-System abhängig ist, so ist das Wirtschaftssystem von der menschlichen Arbeitsleistung abhängig. Wie nun aber der Kopf nicht selbstständig die Atemregelung hervorbringen kann, so sollte das menschliche Arbeitssystem nicht durch die im Wirtschaftsleben wirksamen Kräfte selbst geregelt werden. Im Wirtschaftsleben steht der Mensch durch seine Interessen darin. Diese haben ihre Grundlage in seinen seelischen und geistigen Bedürfnissen. Wie den Interessen am zweckmäßigsten entsprochen werden kann, innerhalb eines sozialen Organismus, so dass der einzelne Mensch durch diesen Organismus in der bestmöglichen Art zur Befriedigung seines Interesses kommt. Und er auch in vorteilhaftester Art sich in die Wirtschaft hineinstellen kann, Doppelpunkt, diese Frage muss praktisch in den Einrichtungen des Wirtschaftskörpers gelöst sein. Noch einmal. Wie den Interessen, wir haben also von seelischen und geistigen Bedürfnissen gesprochen, müssen wir erstmal überlegen, was sind denn seelische Bedürfnisse? Was sind wirkliche seelische Bedürfnisse? Im Unterschied vielleicht auch zu anerzogenen oder zu süchten zum Beispiel. Seelische und geistige Bedürfnisse. Wo unterscheiden wir Seele und Geist? Hm. Ist Netflix zu haben ein geistiges Bedürfnis? Warum auch nicht? Denn darin ist ja auch sehr viel Bildung enthalten. Oder ist halt für die Seele, tut mir gut, wer weiß, ne? Oder sind es Reisen, sind es Begegnungen mit Menschen, dass es eben Tanzstätten es gibt und so weiter, Tanzlokale. Ähm, so. Also, die Seele schon geistige Bedürfnisse, wie die Interessen am zweckmäßigsten entsprochen werden kann, innerhalb eines sozialen Organismus, so dass der einzelne Mensch durch diesen Organismus in der bestmöglichen Art zur Befriedigung seines Interesses kommt, also wir müssen auch auf individuelle Dinge eingehen, und der auch in vorteilhafteste Art sich in die Wirtschaft hineinstellen kann, also einerseits Befriedigung, aber dann auch mich mit meinen Fähigkeiten am vorteilhaftesten einbringen können, nicht eine Regulierung durch den Arbeitsmarkt, davon redet er nicht. Diese Frage muss praktisch in den Einrichtungen des Wirtschaftskörpers gelöst sein. Das kann nur dadurch sein, dass die Interessen sich wirklich frei geltend machen können, diese seelischen und geistigen Bedürfnisse, aus denen Interessen werden, und dass auch der Wille und die Möglichkeit entstehen, das Nötige zu ihrer Befriedigung zu tun. Der Wille und die Möglichkeit. Der Wille, das Nötige zur Befriedigung, ja, meiner, aber auch der Interessen der anderen zu tun. Der Wille dazu, das wäre ein ganz neues Arbeitsmotiv. Sie bilden, im Moment, die Entstehung der Interessen liegt außerhalb des Kreises, der das Wirtschaftsleben umgrenzt. Sie bilden sich mit der Entfaltung des seelischen und natürlichen Menschenwesens. Wir haben heute, Moment, dass Einrichtungen bestehen, sie zu befriedigen, ist die Aufgabe des Wirtschaftslebens. Was begreift der Wirtschaftsleben heute als seine Aufgabe? Naja, schon irgendwie auch, Produkte herzustellen, die irgendjemand will, aber man sorgt gleichzeitig über die Werbung dafür und die Politik und diese ganzen, die dann ja vereinnahmt worden ist, über den Lobbyismus, dass diese Interessen erstmal künstlich geschaffen worden sind. Braucht denn jeder Mensch verdammt nochmal eine Waschmaschine, eine Bohrmaschine und all das, was jeder da in seinem Keller bunkert? Sind das wirkliche, seelische, geistige und eben auch physische Bedürfnisse und Interessen, die hier gestillt werden? Oder werden sie künstlich geschaffen? Oh ja, ich hole mir mein Schnäppchen. Oh ja, sabber. So, da wird man eben geil da drauf. Geiz ist geil und dann renne ich eben los und habe dann halt diese Art von Ersatzbefriedigung. Die stillt die Wirtschaft heute und sorgt sogar dafür durch Obsoleszenz, dass die Menschen abhängig werden von ihrem Wirtschaftsdealer. Denn der muss mir dann die Dichtung an der Waschmaschine, den neuen Motor, weil der andere verkalkt ist oder irgendein Teilchen, keine Ahnung, sonst irgendwas, muss der mir nachliefern. Also das ist ja dann, sagt man ja wunderbar, wir produzieren ja für die Menschen, naja, weil man die abhängig gemacht hat, ne? Und Produkte dann so gestaltet, dass die nach zwei Jahren eben verschlissen sind. Und das ist der schiere Wahnsinn. Also das Grundmotiv ist schon da, dass die Wirtschaft eigentlich dafür da ist, die Interessen der Menschen zu erfüllen und zu befriedigen. Aber das Ganze ist pervers geworden. Das Einrichtung, bestehen sie zu befriedigen, ist die Aufgabe des Wirtschaftslebens. Diese Einrichtungen können es mit nichts anderem zu tun haben, als allein mit der Herstellung und dem Tausch von Waren. Dem Tausch von Waren, das heißt von Gütern, die ihren Wert durch das menschliche Bedürfnis erhalten. Einer der Kernsätze, wie durch das menschliche Bedürfnis. Da wäre so eine Frage, was weißt du, mein lieber Mitmensch, darüber, wie denn Produkte heute, die du im Supermarkt oder sonst wo findest, ihren Preis erhalten? Könntest du das wie aus der Pistole geschossen einfach mal skizzieren? Wir machen uns darüber viel zu wenig Gedanken, auch nicht, wie das Geld entsteht oder wie überhaupt es mit dem Geld umkreislauf ist, etc. Und genauso, und weil wir uns da schon zu wenig Gedanken machen, haben wir, fehlt uns überhaupt ein Stück, um daran anzuknüpfen an das, was Hodor Steiner hier meint. Nämlich, dass er sagt, Moment, Moment, nicht wie bisher, sondern die Ware hat ihren Wert durch denjenigen, der sie verbraucht. Das ist der nächste Satz. Dadurch, dass die Ware ihren Wert durch den Verbraucher erhält, steht sie in einer ganz anderen Art im sozialen Organismus als anderes, das für den Menschen als Angehörigen dieses Organismus Wert hat. Also, es gibt verschiedene Arten von Wert, die Ware hat diesen und andere Dinge, da ist eine andere Wertbildung dann, ja, kommt in Betracht. Man sollte unbefangen das Wirtschaftsleben betrachten, in dessen Umkreis Warenerzeugung, Austausch und Verbrauch gehören. Man wird den wesenhaften Unterschied nicht bloß betrachtend bemerken, welche besteht zwischen dem Verhältnis von Mensch zu Mensch, in dem der eine für den anderen Waren erzeugt, und demjenigen, das auf einem Rechtsverhältnis beruhen muss. Alleine schon, dass ich wirklich arbeiten gehe, um wirklich, so, dass es mein Antrieb und Motiv sei, um für jemanden, am besten Menschen, die ich kenne, Arbeit, also Waren zu erzeugen. Zumindest in irgendeiner Form muss ich die Menschen kennenlernen, und sei es auch nur, dass ich mal dort in die Gegend gefahren bin, wo dann was auch immer ausgeliefert wird, was ich halt eben helfe, mit herzustellen. Ich muss einen Bezug zu den Menschen haben und sie für Menschen machen wollen, und nicht, um Kohle zu machen. Ich gehe nicht zur Arbeit, ich leiste nicht die Arbeit, weil ich dafür Geld bekomme. Diese Vorgänge, werden wir später sehen, sollen ja auch getrennt werden, weil sonst alles immer auf dem Kopf steht und durcheinander. Ich sollte so für den Menschen das machen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Es muss mir ein Anliegen sein, die Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen. Wie werde ich ein solcher Mensch? Was ist zu tun, damit ich in so eine Lage komme, dass es mir ein Bedürfnis wird? Da muss ich den Kunden kennen, Bezug dazu haben und auch eine Freude daran, dass ich sage, na hier bitte, dass du satt wirst in dieser oder jener Weise. Das möchte ich gerne. Als Gastronom muss es mir eine Freude sein, dass der andere dann da sitzt und zufrieden kraut und sagt, oh, das ist aber mal wieder lecker. So wie die gute Mutter, die sagt, na Hauptsache, du bist satt geworden. So muss das wieder werden eigentlich. Und wir müssen halt das so einrichten, dass das wieder möglich wird. Und im Unterschied dazu gibt es aber Bedürfnisse und diese gehören einem anderen Reich an. Wir haben ja von drei Reichen gesprochen oder ich, nämlich dem Verhältnis von Mensch zu Mensch. So, da geht es um ein Rechtsverhältnis. Man wird von der Betrachtung zu der praktischen Forderung kommen, dass im sozialen Organismus das Rechtsleben völlig von dem Wirtschaftsleben abgesondert gehalten werden muss. Aus den Tätigkeiten, welche die Menschen innerhalb der Einrichtungen zu entwickeln haben, die der wahren Erzeugung und dem wahren Austausch dienen, können sich unmittelbar nicht die möglichst besten Impulse ergeben für die rechtlichen Verhältnisse, die unter den Menschen bestehen müssen. Da drängt sich mir immer wieder das Bild eines Herzens auf, das Herz des sozialen Organismus, nicht nur irgendein Glied, dieses Rechtsverhältnis von Mensch zu Mensch. Das konstituiert für mich die Verfassung. In welcher Verfasstheit wollen wir miteinander leben? Innerhalb der Wirtschaftseinrichtungen wendet sich der Mensch an den Menschen, weil der eine dem Interesse des anderen dient. Eine Hand wäscht die andere, das ist immer auf dieser Ebene. Da wird auch gerne mal gemauschelt, so in diesem Waschen der Hände. Grund verschieden davon ist die Beziehung, welche der eine Mensch zu dem anderen innerhalb des Rechtslebens hat. Das habe ich jetzt aus so, also das habe ich, ich möchte es ja damit auch bewenden lassen. 55 Minuten und 55 Sekunden war es gerade, ein guter Zeitpunkt. Irgendwie, ich lese es ja heute zum vierten, fünften Mal in meinem Leben. Und jetzt, ich habe das vor vier Jahren, glaube ich, gelesen, heute ist 2024, oder 2019, 20, habe ich es mir nochmal vorgenommen. Und da hat sich mir daraus dann diese verschiedenen Einartigkeit des Verhältnisses der Menschen, also da gehen wir so miteinander um, aber da unten ganz anders. Da wäscht eine Hand die andere und da oben, ja, da sind wir ein Gleicher und der Gleichen. Das irgendwie mit Bildern zu fassen, mit Bildern, die wir kennen, die wir wirklich, ja, die uns nah sind und mit denen wir auch was anfangen können. Und da habe ich dann eben unten so den Marktplatz, wo dann eben halt die eine Hand und so mal ganz schnell, da werden die Dinge jetzt nicht großartig beleuchtet, sondern so, dass es eben flutscht. Dann sagt dann eben halt der, dann sagt dann halt dann der, der Fischverkäufer, packt noch ein paar Sprotten ein und hier kommen hier für ihre Liebsten. Das liegt ja gar nicht auf die Waage, schon gar nicht auf die Goldwaage. So, also da geschehen Dinge auch mal unter der Ladentheke, da ist auch eine Grauzone da. Das gehört einfach nur mal zu diesem Art des Miteinanderwirtschaftens. So bekomme ich lebenssatte Bilder, ich persönlich dessen, was Wirtschaft eigentlich auch ist und was dazugehört. Sonst wird es zu akademisch, wenn ich das nicht irgendwie mit dem Greifen unterröcke, auch mal irgendwie, so wie im Karneval, ein buntes Treiben. Ja, das Wirtschaftstreiben, nicht ein Getriebe, sondern ein Treiben, ein bewogtes mit auf und ab und eben halt auch diesen besagten Grauzonen, wo man halt Dinge macht aus so einem Impuls heraus, kommen so wie ein paar Sprotten. Und dafür weiß ich aber, dann habe ich einen Gefallen gut und dann, wenn da eine frische Ladung an Kabeljau ist, dann ruft mich dann aber auch die Frau das so und so an und sagt, hey du, mein Cousin, der hat mir so und so, so spielt das Leben in dieser Zone, wo es darum geht, dass der eine Mensch zum anderen irgendwie auch sein, dafür guckt halt, wechselseitig, dass wir halt dann irgendwie das haben auf dem Teller, Fisch oder was auch immer wir brauchen, was jeder halt so begehrt auch durchaus. Und davon ganz unterschiedlich haben wir eben dann das, wo wir dann Schlipsantrag an, die uns die Hände waschen vom Fischgeruch und den dreckigen Nägeln befreien und dann halt in den Gerichtssaal gehen. Naja, oder sagen wir dort vielleicht auch in die Ting-Versammlung, wo dem anderen gegenüber treten, da verändern wir uns äußerlich und auch innerlich, da sind wir ein anderer. Noch ein ganz anderer Mensch werden wir, wenn wir dann in unsere kleine Studierstube gehen oder als Lehrer und diese inneren Verwandlungen, die kennen wir alle, wir müssen sie glaube ich aber nur greifen lernen und da habe ich von meiner Seite aus versucht den Beitrag zu machen mit diesem Bild eben unten das Treiben des Marktes, so wie um die Kathedrale und dann auf der anderen Seite die Kathedrale und dazwischen irgendwie halt das Treiben da im Rechtsleben, im Herzen, wo abgewogen wird, wo auch Mann und Frau die Ehe eingehen, all diese Bilder habe ich ja ausgeführt in Wege aus der Krise und noch sehr viel mehr ausgebaut, wirklich für mich hat es große Blüten angenommen, große, große Blüten getrieben, es hat sich ausgestaltet, wirklich in den Inhalten, den Videos meiner Traumtour, was ich genannt habe, eine Traumtour, es sollte ein Raum zwischen Menschen sein und natürlich auch der Traum, ein gemeinsamer Traum von der Zukunft sollte geträumt werden können, war leider in dieser Art und Weise kaum möglich, aber da habe ich vieles hier ausgeführt. Für heute dein Thomas Christian. Ich hoffe, es war lehrreich und hilfreich, die Kommentare. Tschüss.